Ach Mensch, wir haben gar keine Folge gestartet. Ja, perfekt. Geil. Läuft ja super. Ja, ähm, YouTube, äh, ich war jetzt, ähm, äh, hier, ich war jetzt bei allen Basen. Ich habe jetzt noch eine Quest angenommen. Ähm, hab jetzt ein bisschen Hyperium noch. Ich hab, weiß nicht, ich hab die Krippwerke und so. Ich hab jetzt erstmal alle, erstmal alle Kollegen hier, ne? So. Das heißt, wir können jetzt rüber. So, wir planen einen Hypersprung. Acht bis zehn. Also, ist schon herausfordernd. Äh, wir könnten auch irgendwo anders hin, ne? Aber, ja, acht bis zehn ist somit das Leih. Wir könnten nach Brut von Soll. Aber machen wir jetzt erstmal nicht. So. Energie. Der fährt hoch. Ich musste hier noch übrigens ein paar sehr Chor an. Also, ich will mal... Was wird jetzt mit dem Sinn dauern hier? Okay, was wird jetzt dauern? Okay. Gut. Dann warten wir mal. Kann ja so ein paar Ewigkeiten dauern. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Und ich hab jetzt die Energie mal auch auf den Hyperreaktor äh, darauf zugewiesen. So, wir sind alle bereit. Wir warten jetzt nur noch auf ihn hier. Geht schon ein bisschen schneller, ne? Na ja, gut. Weiß ich nicht. Bekommt man auch nicht wirklich mit. Gut. Gut. So, wir sind gleich soweit. Das... Okay, ich merke schon fürs nächste Mal, wir müssen uns die Railgun aufheben. So, bereit. Energie. So, neues System. Er lebt. So. Kött. Ja doch. Jetzt kommen wir alle mit. Ich weiß nämlich nicht, was passiert. Er fragt an die Railgun bei mir. The Turtle geht vor. Jesus Maria. Ist das eine Piratenbasis? Oh Gott. Alter, da kommt ja ein ganzes Geschwader an. Okay. 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 Gut. Naja, ob das so gut ist, weiß ich jetzt nicht, ne? Ähm. Wir versuchen hier ganz schön viele Raketen nachzuwehren. Es klappt auch so halbwegs. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen auf die Frage. Loser. Und Sche ax. Ja. Mother. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das bewegt dich nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich eile. Ach du Scheiße. Die hat er richtig gut erwischt. Holy shit. Also so leid es mir tut, aber dann müssen wir den recht lockern. Hey, das war teuer. Hey, das war teuer. Das möchte sich sicherlich keiner leisten. Okay. Das war teuer. Das war teuer. Das war teuer. Das war teuer. So, schwing mal dein Bergbauhammer. Währenddessen kirsche ich mich weiter mal fort. Ja, perfekt. Genau, danke. Bitte sprechern. Ich weiß, wir bräuchten auch theoretisch einen Reaktor vorne. Wir bräuchten theoretisch eigentlich sogar noch ein Schild vorne. Also, ohne Scheiß. Wir bräuchten wirklich ein Schild. Das haben wir total vergessen. Also, zumindest zwei kleine Schilde hier, wisst ihr. Wir müssen ja auch nicht groß sein. Perfekt. Oh Gott, da läuft der Erste. Wir brauchen echt eigentlich auch nur die A-Reaktliche vorne. Also wirklich. Brauchen wir wirklich wahrscheinlich. Warte mal, ich mach den mal eher so auf... ...der Höhe. So, perfekt. Ach ja, stimmt. Der muss ja auch noch mit Energie gesucht werden. Ja, ja, ja. So ist das hier. Lösungsorientiert sind wir. Ja, ja. Das ist das hier. Äh. Äh, da, 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 da. Äh, da, 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 da. Äh. Äh, ja. Äh, ja, ja. auch wenn es scheiße aussieht egal sind wir zumindest von vorne erstmal geschützt durchschleichen und sagen wieso schießen die nicht keine munition stimmt ich gucke mal gerade wo viele wracks und so sind und hier zum beispiel einige prats Vom Frachter. Einmal Ressourcen übertragen und zwar 200 Schuss zur Railgun. Wenn jemand Zeit hat, dann viel Spaß. Wir müssen das hier unten in Richtung gehen. Ah, okay. Piratenbasis. 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 so das stopp alle rein das hier und 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 ok ok wir haben hier so viel am liebsten würde ich mich hier durch bohren am liebsten wahrscheinlich nicht das weiß ich selbst ok dann reparieren wir erstmal alles noch ein paar krumme können können das hört er hier gerade oder Schwefel? Hallo? Steht der Handel denn jetzt noch? Okay. Huh? So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh nein, stimmt. Reicht da vielleicht erstmal eine kleine Verteidigung? Muss erstmal reichen. Das war so viel Mühe. Nee, eigentlich kann ich das auch nicht machen. Eigentlich kann ich das auch nicht machen. Warte mal, wie spät ist denn das jetzt? Es ist 8.28 Uhr. Dann laden wir das hier. Das war hier gespeichert. Ja, müssen wir noch einen Spielstand weiter vorher laden. Den hier. Und dann zusammen. Oder irgendwie an irgendeiner geschützten Basis. Da, wo es sicher ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achso, noch nicht, ne? Warte mal, also wenn, dann bräuchten wir auch größere Lager und so Ich glaube, es ist mal wieder Zeit, unser Schiff umzubauen und dann bräuchten wir auch größere Lager und solle Schiff um die 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 Man merkt, ich bin nicht mehr ganz auf der Höhe. Die müssen ja auch ordentlich was transportieren. Gibt es noch die hier? Und von den Lagern her gibt es noch die hier. So. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. Also ich hätte auf jeden Fall hier an der Seite gerne... Eine komplette... Also wirklich jetzt... Also das ist auch ernst gemeint, eine komplette Partei. Bei gegenüber Raketenangriffen bringen die sehr, sehr viel. So. Nach hinten raus sind geschützt. Ich wollte erst mal nur gucken. Wäre ja theoretisch zur Verteidigung, aber es ist halt auch dreierbreiter, ne? Eine normale, in einem Punktstrichen, Kanone wäre nur das hier. Vielleicht würde ich den sogar noch einen breiter machen wollen. Aber auch nur vielleicht. Ich muss mal noch gucken, wie ich das mache. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Warte. 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 Ähm. Ne, wo ist denn der? Warte mal. Traktorstrahl. Was bringt'n der? Da. Du hast plötzlich ein Gravitationsstrauß... Okay. Da bin ich wahrscheinlich... wegdrücken, ne? Aber... das ist jetzt nicht unser Thema. Kleiner Hyperantrie. Lieber mehr als wenig. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann hätte ich hier theoretisch gerne... Warte, warte, warte. Eine Elektrizität. Großer Reaktor. So. Den hier durchlöschen. Jut, 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 oder auch nicht jut, je nachdem. Zwölfer Lager passt hier nicht hin, aber ein sechs. Passt hier wunderbar hin. Und zur Abwehr zur Seite raus. Jut. Jut. und Panzerholz. Theoretisch könnte man den jetzt noch einen rausmachen. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Sieht dann schöner aus. Sieht dann noch schöner, symmetrischer aus. Gut. Gut. Das Laufband. So. Panzerholz, Panzerholz, Panzerholz. Hier sind noch ein paar Flak-Schütze. Das ist jetzt eine richtig gute, in Anführungsstrichen, Breitseite. Gut. Ob das jetzt was bringt, I don't know. Aber wir haben, also der Maschinenraum, der wird schon viel bringen. 50% für alle Düsen. Kleine Booster-Düse hier. Gut. Man könnte jetzt sogar noch theoretisch sagen. Okay, wir haben jetzt hier Flak-Schütze. Aber zur Seite hin hätte ich auch gerne. So, weißt du. Dann sagt man sich also... Weiß ich nicht. Ähm. Nicht genug Hyperspulen, okay. Aber jetzt, ihr wisst schon, was ich vorhabe, ne? Die schwarzen Löcher werden jetzt dann noch ausgefüllt. Da kommt überall noch eine Flak-Kanone rauf. Also wir werden jetzt hier ordentlich auf Flak-Kanonen setzen. Das heißt, wenn jemand von der Breitseite kommt, dann auch richtig, bitte. Ja. Ja. Oh, haben wir die? Wir haben die falschrum hingesetzt, ne? Komm mal, die sitzen hier. Ne, ne, doch. Hier hinten, hier hinten ist Munition. Ja, ne, alles gut. So, jetzt müssen wir nur noch zuweisen. So, Munition hier hierfür. Nicht erschrecken. Da wird einem wirklich schon ein bisschen schlecht. Kann ich mir schon vorstellen. Ähm. Ähm. Ich hätte hier am liebsten auch noch irgendwo ein Schild oder so. Musst du nur noch mal gucken, wie wir das am dümmsten oder am besten machen. Warte mal. Äh. Diese Hyperstuhlen sind wohl sehr wichtig, ja? So, hier drei. Wir reisen gemeinsam hierhin. Genau. Speichern. Speichern. Das ist ja. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, dann verwenden wir die ganze Scheiße mal ein hier. Ja, ist in Ordnung. So, dann verwenden wir die ganze Scheiße mal ein hier. So, dann verwenden wir die ganze Scheiße mal ein hier. Oh Gott. Oder schaffen wir das? Ja, speichern mal lieber. So, dann verwenden wir die ganze Scheiße mal ein hier. So, dann verwenden wir die ganze terrible Scheiße mal ein hier. Hallo, was machst du da? Ja genau, leg dich erstmal. Ne. Leg dich erstmal schlafender auf dem Stein. Ja genau, leg dich erstmal schlafender auf dem Stein. So genau, weil wenn allen Spiel versagt, genau dann können wir darauf setzen, dass wir noch ein weiteres haben. Ja genau, leg dich erstmal schlafender auf dem Stein. Hier leuchtet so viel Rot inzwischen, dass man gar nicht mehr weiß. Was inzwischen überhaupt nur noch Sache ist. Ich weiß, was fehlt. Ich weiß, was fehlt. Nämlich Raketendüsen an der Seite. Und jetzt reicht es mir hier mit dem Stein. Feuer! Feuer! Gezeils! 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 Warte mal. Was? Wir haben hier vorne kein... Also das ist ja... Höchst kurios. Höchst kurios. Höchst kurios. Hecht kurios. Hecht kurios. Hecht kurios. Hecht kurios. ok wir brauchen also zumindest was warum wird jetzt der atomraketen schacht wieder nicht beliefert ich könnte kotzen deswegen ich sag's ja zum kotzen mit diesen scheißern hier siehst du da kann er sich jetzt super rausmanövrieren hier Du kannst ja schon mal Kurs draufsetzen. Ähm, warte mal. Nicht genügend Kriestau, ja, alles klar. Daran wird's liegen. Oh Gott, nein, 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 nein. Aber hier sind wir doch schon. Ach so, ja, das müssen wir auch noch machen. Ja, ja, nee. Alles gut. Oh Gott, das ist alles auf. Oh Gott, das ist alles auf. Oh Gott, das ist alles auf. Oder wir machen zwei Kanonen da von hinten. Dann müssten wir aber... Die blockieren sich gegenseitig. Ja, Moment. Das kriegen wir noch aus. Haben wir echt nicht genug Hyperbo... Ressourcen übertragen, Frachter, Hyperboon. Tatsache, wir haben nur 34, okay. Aber können wir nicht welche herstellen aus Kupfer und so? Ja, gut, wer bin ich schon darüber zu entscheiden? Wo war's hingehört? So. Wichtig ist nur, dass die Seite gut verteidigt wird. Also wir können jetzt nach hinten raus. Können wir jetzt zwei Flags machen. Können wir die dann dahin machen. Da können wir aber auch noch vier mal vier Lager machen. Das würde noch passen. Ich würde zumindest nach hinten raus, zur Seite raus, verdammt gut gesichert sein. Deswegen haben wir jetzt auch so viel Crew. Naja, viel. Naja, viel, ne? Was ist denn da jetzt schon wieder los? Die Atomsprengköpfe müssten eigentlich... Oh mein Gott. Nee. Jetzt müssten sie aber beliefern werden. Die Atomsprengköpfe. Hoffentlich. Wir brauchen die Atomsprengköpfe. So, jedenfalls. Die beiden. Dann kommt da sicher hin. Und ich würde dann wahrscheinlich auf sowas wie The Falcon oder so setzen. Also eine neue Waffe. Das hatten wir in der letzten Folge schon mal. Apropos Folge. Wir sind bei einer Stunde vier Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen.